Alle Kombinationen mit Instrumenten und Sängern schon hatten hier, aber wir hatten noch nicht Pantomime und noch nicht Tanz und jede Orgelmusik tanzt und da lag es quasi in der Luft und war klar, dass wir das auch mal jetzt hier mit der Tanzkompanie des Altos wirklich realisieren. Also die besondere Herausforderung ist wirklich, dass wir echt zusammenarbeiten, dass wir nicht tanzen, ich spiele irgendwie dazu oder ich spiele, wie ich auch sonst spiele und schaue nicht, was rechts und links ist, sondern ich muss sehr, sehr auf die Tänze achten und sie sehr auf die Musik, also es ist echt ganz ineinander verzahnt in diesem Raum und für alle eine große Herausforderung und auch ein echtes Novo. Aber sie freuen sich auf jeden Fall. Unglaublich, ja, auf jeden Fall. So. Das Stuch heißt Frequences, also es geht um Kommunikation. Jeder hat eigene Frequenz in diesem Leben, also zum Beispiel, wenn wir nicht auf derselbe Frequenz sind, dann verstehen wir uns überhaupt nicht. Also durch die Choreografie und durch meine Erfahrung zeige ich die Frequenz, die ich bis jetzt erlebt habe. Ein Stück heißt Postmortem, wenn er besetzt ist nach dem Tod. Es geht um die Seelen, egal in welcher Situation der Mensch gestorben ist, was er als erster Moment nach dem Tod empfindet. Ob er realisiert hat oder ist er verloren oder ist er immer noch in dem Modus vom Vortag, also hat er das noch nicht verstanden, dass er dort ist. Wenn man diese Orgel sieht, bekommt man schon Gänsehaut. Also für uns ist das schon ein sehr großes Wow. Paul. 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 Untertitelung des ZDF, 2020